Lektion 81 und die Wiederholungen. Ich bin das Licht der Welt und Vergebung ist meine Funktion als Licht der Welt. Und heute in den Lektionen zu sein, in Wiederholungen und in dem zu üben und auch aufgeteilt am Tag, ich bin das Licht der Welt. Es ist mein Seinszustand, es ist dein Seinszustand und alles andere, was wahrgenommen werden kann, das ist die Idee der Trennung. Das ist die Idee, hey, ich will auf dem Thron Gottes sitzen. Ich will entscheiden, was ich aus der Trennung heraus denke, aus meiner Persönlichkeit, aus meinem Ego heraus. Und wirklich wieder zu üben, hey, ich bin das Licht der Welt. Das bin ich und es hat sich niemals geändert und das wird sich auch niemals verändern. Das, was in der Welt hier in der Illusion veränderlich ist, das ist das, was ich nicht bin. Und das erlöst sich. Und Vergebung ist meine Funktion als Licht der Welt, weil durch meine Funktion, durch mein Nicht-mehr-Recht-Haben wollen, in meiner Deutung der Dinge als Körperidentifikation, als Persönlichkeit, als Ego und das, was wir wirklich sind, in dem liegt ja unsere Freude. Das ist ja ein Seinszustand, in dem wir einfach nur noch Liebe teilen wollen und in dem wir bereit sind, irgendwann immer mehr und mehr die Welt loszulassen. Und das ist ja die größte Freude, immer angstfreier zu sein und diese Erinnerung, egal, egal, was sich im Ego dazwischen setzt, dabei zu bleiben, in diesen Wiederholungen jetzt auch, in dem zu üben und zu sein und mir klarzumachen, die Macht Gottes, mein wirkliches Denken, mein Sein in Gott ist ewig, ist wirklich und ist so eine Kraft, so eine Liebe, so eine Ausdehnung in mir, die sich in allem und allen wieder erkennt, ich bin das Licht der Welt und in dieser Erinnerung, mich und alle anderen zu erinnern, in dem es einfach nur noch freudig, freudvoll und Vergebung ist meine Funktion als Licht der Welt. Und das anzunehmen, dass es meine Funktion ist und dass meine Funktion meine größte Freude ist, weil es mich in meinem Geist in die wahre Wahrnehmung versetzt, dass es mir möglich ist, hier wirklich mit Gott wieder wahrzunehmen, in dem, dass ich hier sicher bin, dass mir nie was geschehen ist. Noch jemals, was geschehen wird. Und, wow, danke, danke, danke. Danke. Und was hier ja auch in den Lektionen, in der Einleitung betont wird, dass wir so in Stille sind, in der Bereitschaft, die Antwort zu hören, die Gott uns sofort gegeben hat, in dem Moment, als wir dachten, dass wir uns getrennt haben. Danke. Danke, dass uns das in unserem Geist, in unserem Üben möglich ist, weil das die Wirklichkeit ist, weil diese Gegenwärtigkeit, weil wir diesen einen Augenblick immer wiederholen und in dem, in der Hingabe Gottes uns alles gegeben ist. Und, wow, danke, danke. Und vollkommen freudvolles Üben heute. Ich bin das Licht der Welt. Wie heilig bin ich, dem die Funktion gegeben ist, die Welt zu erhellen. Und zu vergeben, wirklich allen, alles und mir, die ganze Welt zu vergeben, um so in der Gegenwärtigkeit zu sein. Und, dass wir jetzt gegenwärtig alle miteinander erlöst sind, dass wir jetzt neu geboren in Gott sind. Danke. Alles voller Liebe.